Sooo, das sehen wir wieder, ne? Ich hoffe es funktioniert jetzt, ne? Einigermaßen, mit der Aufnahme. So, jetzt läuft's. Mal. Wollen wir, oder? Jetzt die Chance aufzuhören. Was ist mit dir? Ich hab dich gewarnt. Hä? Das hat mich gewarnt. Wo ist denn der scheiß Löwe? So, na, was wird man jetzt sagen? Oh nein. Oh, nein. Oh, nein. So, die Quest da. Das Kind lebt. Und los geht's. Achok. Ja, der, 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 der. Loco, loco. Hm. Ei, 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 ei. Der Vulva. Grabuzi. Raust du etwas? Ja. Mhm. zu beenden. Pfeil? Was für ein Pfeil? Es bedeutet, dass sie im Kindbett gestorben ist. Das Kind aber lebt, Artemis sei Dank. Ich darf den Tempel aber erst betreten, wenn Ziegen geopfert und der Priesterin Früchte gebracht wurden. Du willst, dass das Objekt überwacht wird, oder ein bisschen zu müde. Ah, du bist das. Also, ich soll einen Haufen Ziegen töten. Nein, ich will nur, dass sie dies erhält. Was denn? Ich regele das. Bei Zeus, danke. Dann, leb wohl. Alkohol. Mach Bienenholen. Leb wohl. So. Mäh. Ich bin das als Ziege. Ähm, Karte schon. Da hin. Okay. So. Dreitausend Kilometer Entfernung. So. Können wir mal zu Pferdchen rufen? So. Dann laufen wir mal rauf da, ne? Kassandra. Lass mal rauf da. Ja. Die Stelle gefunden? Wie? Eine Hebamme schickt dir das hier. Ah, ja. Ich habe schon sehnlichst darauf gewartet. Hier, bitte. Deine Bezahlung. Was war's? Okay. Antike Stelle gefunden. Warte mal. Icarus. Da waren wir schon mal. In der letzten Folge oder vorletzten Folge. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Jedenfalls waren wir schon hier. Antike Stelle finden. Ja. Ich will ja die eine antike Stelle finden. Die ist ja dort hinten, ne? Aber dieses Problem ist... Schauen wir gleich. Ach so. Ach so. Da gibt's kein Feuer. Okay. Das Problem in dem System ist ja... Das System, ne? So. Da kommen wir nicht durch, ne? Da, so, so. Cash, cash, cash. Anziehen den... die Feuerschale. Und ich weiß absolut nicht, wie wir da durchkommen. Das haben wir schon geblündert alles eigentlich. Hm. Da kommen wir auch nicht drauf. Irgendwie. Keine Ahnung. Das geht auch nicht drauf. Dass es runterfällt oder irgendwas auslöst. Nein, nein, nein. Da gehört gar nichts. Leider, ne? Und dort unten müssten wir hier eigentlich hin. Und auch dort unten immer. Aber... Wie gesagt, ne? Ich muss doch irgendwas machen. Keine Ahnung. Dann 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 dann... Keine Ahnung. So. So. Da drum sind Schätze, ne? Ach so, das habe ich letztes Mal gemacht. Foto-Modus. Können wir ja reingucken. Da ist Dings. Und da ist ne Tür. Da kommen wir nicht durch, ne? Leider. Und da ist ein Gang... hinunter. Ah, da kommt ja auch nichts ganz weit. Und da... Oder mal... Hm... Belichtung. Da. Seht ihr? Da ist ein Gang. Aber ja... Keine Ahnung, wie man hier rankommt. Und... Das gehört irgendwie, äh... Verbrannt oder so. Da ist ne... Cobra. Schlange. Hä? Die schaut so tot aus, aber auch, ne? Da komme ich nicht rein, oder? Scheiße. Hm... Jedenfalls, ne? Müssen wir schauen, wie man da rankommt. Gibt es da irgendeine Quest oder so? Ja. Kann dicke Stelle finden, ne? Das ist nicht ohne. Kann ich mich anzünden, oder so? Keine Ahnung. Na ja. Dann gehen wir mal wieder zurück, ne? Oder? Hallo? Ich weiß gar nicht. Oh nein, es ist abgeschlossen. Okay. Hm... Der Berg, ne? Vanditenlager. Bärenhöhle. Da kann man auch nicht rein. Hm... Der Kapelle. Kann ja nicht sein, dass man dann so durch... Muss man irgendwo... Hier, oder so. Oder da unten. Da rein. Könnten das mal probieren. So. Wo sind die Fackeln? So. Hopp, hopp. Ja. Das sind wieder so knifflige Sachen, ne? Da muss man schon wirklich heiter nachdenken. Schauen, suchen, Höhleneingänge. Alles forschen. Weil der Herr Icarus, ne? Der Täter kann ja auch nicht alles machen für uns. Leider. Zack. Was ist da? Was ist denn die... Mission View und Style? Niederschlagen. So. Ein Wurzelbaum geschlagen. Geht zum Hafen. Ein Mann namens Barnabas heuert Seeleute für mein Schiff an. Barnabas. Nachrichten, Questgegenstände. Mhm. Mhm. Naja. Die, 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 die stellen darf und die, die nerven auch schon. Die müssen wir auch mal abarbeiten. Die müssen wir genauer anschauen, wo das war überhaupt. In was für Gebiet. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ne? Warte unten. Aber hier ist auch nichts, ne? Im Eingang gar nichts, ne? Oder? Nein, das ist auch nur ein blöder Stein. Okay. Da geht's nicht rein. Leider. Hm. Wo bin ich jetzt? Okay. Was ist denn da? Hoppala. Hm. Verdrückt mich jedes Mal da. Guckst mich meine Fotos. Fotos und Freunden. Gibst du was? Keine Fotos. Alle Fotos. Okay. Okay. So war man's. Also da ist ja, was ich mit der Gehrge. Ja, okay. Nu haben wir was vergessen. Hm 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 hm. Hauwut. Sie sind mit ihr. Beid. Beide für den Fotos und Dorn. Boit. Boit. Zwar fahren ich schon ein bisschen umfütheer oder? Burschen. Das ist zu leicht. So. Komm mir da. Komm mir da schrubt. So. Arschgeuge. Nicht deppert werden, gell? Das war der Pferd. Catch mir. Und zum Beispiel der Chari. Chari, Ella. Wo ist der Pferdhöhleingang? Das würde mich echt interessieren, ne? So. Über Stock und Stein, ne? Rettet ein kleines Schwein. Nein. Schauen wir mal da nach oben. Nach oben. So. Und wie man sieht, sieht man gar nichts von der Quest, okay? Scheiße, wo ist denn der jetzt? Er will mich verarschen oder was? Das ist der Tempel, ne? Hm. Warte mal. weg. Warte mal. Warte. Hörgen, alter. So, jetzt kippt's mehr, alter. Jetzt ist es aus, jetzt ist es aus. So. Wo ist denn da jetzt ein Pferd, Alter? So, du bringst mich jetzt noch zu der Quest, ne? Jetzt bin ich neigierig. Ernsthaft? Gibt es da einen Spalt? Warte mal. Ja, scheiß die Wand dann. Wie komme ich da ran dann? Ja, wie soll ich das jetzt machen? Den kommen wir nicht rein, da in die Quest. Den da zum Abgeben. Da sind wir in die Höhle. So, Icarus. Können wir mal. Da ist ein Bär. Da ist ein Höhleneingang. Ja, scheiß dich an. Da lang, da rein. So. So. Sind denn die typen da, wer ist denn da? Ja. Möste skript? Wie, Kassandra, Kassandra, Kassandra. So. Jetzt gibt's Bärlauch. Das macht gar nichts. Ja, bleck mich doch immer. Kassandra mal ausweichen, wie wär's denn, ne? So. Wir hätten doch die Feuer gemacht. Kulige Bumpe. Quaste abgeschlossen. Hm. Da-da-da. So. Oh ja, schön und kritisch, ja? Oh. Ja, wohin laufst du denn jetzt? Kommst du? Na komm. Ja, das brennt dann noch. Hopp. Hoppala. Fackel im Stuhl. Fackel im Stuhl. So. Okay. Kassandra. Ich glaub, wir sind da auf dem richtigen Weg, ne? Zu der einen Höhle da, zum, 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 zum Tempel da, ne? Zu der einen Stelle. Hoppala. Hm. Fängt der in die Wurzeln? Ne. Nicht wirklich. Da gestoppt ein Fackler auf ihm, ne? So, schauen wir mal auf die Karte. Die schaut schon interessant aus. Jetzt, okay. Wahrscheinlich ist es eh in der Sackgasse. Das kennen wir immer. Jetzt nicht lang. Oder? Okay. Was ist hier? Da gibt's nichts. Die Karros können wir auch nicht rufen. Da geht's raus, da oben. Hm. Da ist der Meister Petz. Da ist die Höhle, ne? Ja, das ist scheiße jetzt, ne? Wie geht's denn die uns teilen, ne? Irgendwo. Keine Ahnung. Ach, Mist. So, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da. Aber Ikerus meint... Wo ist denn da? Der Tempel ist hier, ne? Da ist die Höhle. Hm. Das fuchst mir echt, ne? Das, das... Kannst du nicht zählen, ne? Ja. Die Felswand entlang fliegen. Nein, nein, nein. Okay, komm schon, komm schon. So. Hm. Da ist auch kein Eingang irgendwo. Da ist auch kein Eingang irgendwo. Liegen wir nach oben. So. Gibt's hier irgendwo einen Höhleneingang? Gibt's hier irgendwo einen Höhleneingang? Danke, das hat mir schon echt zur Verfügung. Warte mal, was ist das da? Das ist nichts, ne? Gerade. Hm. Nein, das sind nur schattenmäßig. So. Wie kommen wir da rein, ne? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Hm, 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 hm. Das geht jetzt auch. Da sind alle Zustände da. Ist das ein Krampf. Das kann's ja nicht sein, so eine große Höhle oder was, ne? Für das. Hm. 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 da geht es doch nicht drin oder nein ist das ein kack wie kommt man da herein geh ins graben ja wie anzünden kann man nichts schlagen weiß ich nicht naja 2000 kilometer nicht mehr nicht mehr nicht mehr Hm. Was ist das? Was ist das? Was ist das neue? Ach. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es gab es. Dann. Ah, ja. und schlange da hat der schlange liegt ein halb vergrabener und dort sein wie mochte figur zeigt die worden ich bin das nicht ach so ok das wäre einfach gewesen super ich gehe durch gleich mit weiter wir müssen irgendwas machen jetzt ist es nicht zum aushalten gerade die welt ist der anstrengung so dann müssen wir unterstützen das schafft man wahrscheinlich erinnert die zeitquests sind recht nervig wie morgen ist es vorbei mit der quest noch zum beispiel 25 quest karte wenn der zu hause der opa hatte hier ok das sind die orte müssen wir besuchen da ist unser schiff da an der bucht machen wir das nicht machen wir schlacht so schnell reiße man gönnt sich ja sonst nichts nein hoch da drüben ist er und dort drüben geschwächt hundertprozent geschwächt wurde hier noch gerockt wenn man mit der sparte in den krieg genau bist ein pferdchen ich nicht kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ganz torne es ist hier jetzt müssen wir aufmischen das lager anscheinend ach du scheiße ja wie fick dich da komm her was ich gehe mehr macht jetzt mehr da hinten gescheiße ich scheisse drauf ich mache so mehr als der scheisse drauf echt wirklich wahr ja komm herr meister propper wer schießt nicht auf mich wer schießt da muss ich mal pfeile machen wie kriegt ihm das eigentlich frei da weiß ich nicht ja 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 ich hab dich wohl überschätzt ja 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 Bogen schützen oder was ist mit euch? Du bist doch scheiße. Kommt doch runter. Komm her. Sicher doch. Müssen. Das ist ein Kadaver. So. Möste Setzer. Okay. Fertig dafür. So. Wo ist das jetzt? Da vorne. Wo ist das? Okay. Du 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 du. Na. Hopp. Er mag sie nicht mehr. Schau. So dritte Zeug. Hebst das nicht auf. Was ist mit dir? Du brauchst einen Staubsauger. Okay. Da hinten ist die Mörderbande. Warte mal. Kann man die killen? Geil. Hopp. Da. 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 frische Scheiße. So. Wo ist denn der Kommander? Warte mal. Warte mal. Ich hab noch einen Kollegen gesehen. Geil. Ich weiß nicht. Geil. So. Haben wir das erledigt. Der Streitz ist. Ich würde mich ablenken lassen. So. Jetzt gehen wir mal hin. So. Ah. Ah. Es macht zu viel Spaß. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Ja. Ist ja keine Metall mehr oder? Nix mehr. Nee. Warte mal. Weck sie. Raus. Mache wir das Leder. Bis später. ииiiii. Diese Schlacht wird anders als alle an denen ich bisher teilnahm. Ja ich versteh nichts. Kann er übersetzen, bitte? Jo. Ich bin bereit für den Krieg. Mal mitgläsern, ne? Schlacht lohnt sich mehr, ne? Das Verteidigung. Oh. Malakka. 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 Das Lustig. Malakka. Soll ich mir das, um Pusher? Soh, komm her da. Ja, komm doch mal dran da. Der ist immer noch dick weg. Hör jetzt auf da. Guck mal mehr da. Scheiße. Ja, wir vermissen mich von der Kirchen da. Okay, da oben ist der Balken, da müssen wir füllen, warte mal. Da müssen wir es jetzt hin, das ist gar nicht, oder? Ich tränke die Erde in deinem Blut. Na komm her da, Tschakarlake. Glaubst du, du könntest es mit mir aufnehmen? Sicher, Meister Proper. Und Madame. Ich werde es lernen! Das Brat hat sich gewendet. Mein Stress gewinnt. Komm mal her. Komm her da, du Bratwurst. Was ist mit dir? Scheiß die Wand da. Alter. Mehr zu uns und Kusten, ne? Scheiße, ey. So. Wie schnellst du das, Alter? Bist du in einer Faust bloß am Hand? Was ist das? Sieg. Naja, fortsetzen. Grüß dich. Säugling? Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht den Säugling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht wieso. Das waren seine Befehle. Hm. Nun gut. Was geht da vor? Ne? Spitzte Ohr am Captain Kirk. Ah. Na. Spooky. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Wer macht es? Oh je. So. Quest abgeschlossen. Der Wolf von Sparta. Ist unser Vater. Alter Schwede. Warte mal. Wir machen das geil. Also gut. Was soll ich denn sagen? Dass du die heiße Sechste Kassandra bist. Okay. Was soll man direkt, ne? Wo muss man mal rumscheißen? So gefordert er sich. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Kassandra. Ich lebe und sterbe als Spatiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich. Und deinen Bruder. Als wäre er die Meiden gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Wie musst du deiner Mutter stellen? Warte. Finde deine Mutter. Sie finden. Wo Murena auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Knick knack. Meine Ehre suchen. Meide die Schlangen im Gras, Kassandra. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. Ich habe den Barnabas. Nikolas schwirrt. Hier. Kann man da runter springen? Ohne sich den Knöchel zu verstauchen? Was meint ihr? Ja. Es ist nicht leicht. So, den klatschen wir jetzt weg, oder? Zum Schluss. Kassandra. Daneben gesprungen. Du bist ein Kasperl. Daneben gesprungen. Da wäre es Wasser gewesen. Da hat es jetzt nicht zu wettern. Wo mir immer nicht aufpasst. Entschuldigung, Kassandra. Das ist Maranda, Kassandra. So. Läuft er weg? Hey, hey, hey. Jetzt haut der ab, der Wichser. Ah, ich triggere. Aber trotzdem, ne? Oh Mann. Wir müssen den kriegen, ne? Dann locken wir jetzt hier. Warte. So. 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 Mit nicht die Fresse rein. Puto, puto. Was sagst du, Pferdchen? Schnapp sie uns. Hey, hey. Das ist unfair. Baby. Du stirbst gemeinsam mit mir. Wieso soll ich mir die stirben? Baby. Hoppala. Immer diese komischen Angriffe, ne? Diese mag ich überhaupt nicht. Die kann ich überhaupt nicht leiden, Mädels. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Oh Mann. Der Buff ist sofort weg. Buffe! So. Schnell zu fest. Gibt's jetzt auch. Okay. Der A sagt, muss auch B sein, ne? Das ist fies. Ich finde dich wieder. Deine Zeitverschwendung. Ihr da vorne. Halte diese Person aus. Er ist nicht. Kämpfe nicht. Nicht deine Stärke. Doch, doch. Ich will dich nur von meinen Mannschaften da rekrutieren. Wohin jetzt? Na. Wohin soll ich jetzt? Los. Jetzt habe ich dich. Wohin du sollst? Ich keine Ahnung, ne? Pff. Ich will dich verstecken oder so. Ich hab gedacht. Du kannst nicht ewig rennen. Doch. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie. Schweine. Mann. Mann. Ich weiß, die Kauleisten müssen wir probieren. Was ist das? Sie sind Spartaner jetzt unterwegs, ne? Doch, doch. Sprech. Ah. Was mache ich dir, Kassandra? So. Okay. Schön. Und hierbleiben. Den Kassima. So. Oh yeah. Hey. Ich glaube, die segeln nicht mehr mit uns. Was ist mit dir? Geh weg, hei. Weiter. So. Wo wird immer noch freundlich sein, hei? So, einen legendären Dingsgegenstand haben wir uns gekriegt wieder. Das ist ja sehr gut. Schwertchen. Nikolaus Schwert und ein Stinks da. Sensiertes Greif. Schauen wir mal ein wenigstens. Esperen. Hoppala. Ne? Ah, naja. ist nicht so schlecht sehr sexy Schiff rekrutieren Schiffspanzerung 6 Weltschaden, Feuerschaden, 4 Schwachstellen, Erzeugung Späre, ja, ja, das ist gut Seltener, jetzt haben wir aufgestiegen Wer ist denn er? Rekrutiert, geheuert So, gewiss Sprich mit Barnabag, Barnabag, Barnabag Na jo Grüezi Durchsuchen Sehr gut Ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Runde, ne? Wir brauchen ja Zeug zum Upgraden und so, scheiß Hier schauen wir mal, vielleicht können wir da Upgraden noch Im Dorf Ah, ich komme da rein Hallo Hm Ist denn doof hier einer überhaupt? Du wirst doch die ganze Zeit im Tempel auf deinen Knien hocken Ich würde gerne, äh, vielleicht... Hier werden sie besonders wachsam sein Was ist denn jetzt los, ey, da mit euch? Da drüben sind uns normale Leute Und ich muss mich wieder übertreiben, oder? Was ist denn da los, hei? Dann Weg mit deinem scheiß Schild, weiter Ist mir nicht da on Pursch, weiter Was ist denn dir, ey? Da Alter So, gehören mal ihr Schild, zeig dir was Geiler, seiter Bist du geschlachtet, hm? Oh, für Scheiße, Alter. Was ist mit dir, Alter? Ich meine, du hast zuz. So. Hier, warum macht sie so was? Aufschließen. Da wollen wir ganz normal durchgehen oder so, ne? Oh nein. Wir müssen wieder den Superhero spielen, ne? Haben sie ja keine Chance gegen mich. Das Gesinkel. Jetzt gehen wir noch zum Schiff und dann war's das, ne? Glaube ich. Weiß uns nicht, was dazwischen kommt noch. Was haben wir denn da für ein Tempel jetzt wieder? Oh mein Gott. Eieieieik. Eieieieik. Oh ja. Was ist denn? Du machst es uns viel zu leicht. Was ist denn jetzt denn wieder? Ich wollte nur helfen. Hä? 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 Ich hab' euch auch, Clip. Ja. Keine Zeit. Wir sind nämlich Richtung Unendlichkeit. Grüß euch. Ach ja. So. Das haben wir. Schiffsruf. Ja. Wissen wir schon. Na. Alles klar bei euch. Jungs. So. So. Einmal nur checken. Schiff. Vielleicht kann man noch was basteln. Weich. Warte mal. So. Das schaut scheiße aus. Oh wow. Das könnt ihr kaufen, ne? Das könnt ich nicht kaufen. Was ist ja? Oh nein. Das ist ja wenn etwas zu tun. Oh nein. Das ist ja von unseren Daddien. Der Helm des Warfs, den haben wir da drinnen, okay. Okay, ich hab gedacht, wenn, okay. Okay, so, oh. Level 15, sag mal, Bart. Wir müssen uns noch ein bisschen an Stress machen, warte mal. So. Da oben gibt's Stress, ne? Mit den Typen. Tschüss. Was ist denn das passiert? 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 Was ist das passiert? Los geht's! Hoppala! Also der Speer geht richtig ab, ne? Scheiss, die waren dran! Rassandra, du Maschine! Wo ist denn? Ah! Und unser Ende da! Das ist wieder gemein gewesen jetzt, ne? Arschgegen! Ich würde sagen, das war's mal, ne? Ich wäre das aber über länger geworden. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Euer Tepfer, oder? So, tschau tschau, bis komm!